Nicht nur die Lafnitz verbindet die einzigartige Region um das Thermenland Wechselland. Saftige Wiesen, Almen, Schlösser, sanfte Hügel, Natur pur, Tradition und Wasser in vielfältigster Art. Es sind vor allem die Menschen mit ihrer Bodenständigkeit und Naturverbundenheit, die mit ihrer behutsamen Handschrift und viel Gefühl ein Bild der Harmonie und des Vertrauens in die Landschaft gezeichnet haben. Das touristische Angebotsspektrum reicht von den heißen Quellen der Thermen mit Gesundheits- und Wellness-Tourismus zu kulturellen, sehenswerten, baulichen Schätzen, vielfältigster sportlicher Betätigung sowie landwirtschaftlichen Produkten und Dienstleistungen bis zu naturnahen Erlebnissen. Entdecken Sie abseits der herkömmlichen Wege einen Streifen fast unberührter Wildnis in der Steiermark. Ein großer Teil des Flusslaufes der Lafnitz ist im Urzustand erhalten geblieben und bietet wertvolle Ruhezonen für Tiere und für Menschen. Hier finden Sie eine intakte Erhaltung der Natürlichkeit und eine Fülle an Tier- und Pflanzenarten, die anderswo selten geworden oder längst verschwunden sind. Adler, Boussarde, Otter, blaue Frösche und Bienenfresser. Thermenland-Wechselland. Dort, wo kilometerlange Naturabschnitte die Region, die Menschen und seine Besucher verbindet und zum Verweilen einlädt. Durch die gute Zusammenarbeit in den Bereichen Tourismus, Landwirtschaft und Produktion werden die regionalen Ressourcen schon lange effizient und nachhaltig genutzt. Traditionsverbunden, mit viel Spaß und Freude, authentisch und zugleich weltoffen. So sind die Menschen der Region Thermenland-Wechselland. Erstklassige kulturelle Veranstaltungen, sportliche Abenteuer und Erlebnisse für Jung und Junggebliebene. Wir sind im Thermenland genauso als im Wechselland. Wir wandern gern, weil wir Zeit haben. Die Verarbeitung bester regionaler Rohstoffe und ein naturnaher, schonender Verarbeitungsprozess garantieren höchste Qualität und gesunde Lebensmittel. Die Stärke der Region Thermenland-Wechselland kommt durch seine unverwechselbaren Landschaften, die einzigartigen Naturerlebnisse, die dort produzierten kulinarischen Produkte und hervorragenden Dienstleistungen zum Ausdruck. Thermenland-Wechselland. Ein lebendiger, produktiver und kreativer Raum mit hoher Lebenszufriedenheit. Mit Unterstützung von Bund, Landsteiermark und Europäische Union.